zwei stück haben wir von denen dort wm 002 weitere daten habe ich doch haben wir was zwei das sind für die zwei typen da wenn ich sie wirklich schon verballert hätte irgendwo kann ich diesen raum den habe ich jetzt aber erwischt er hat nichts mehr pop machen wir hier da haben wir die beiden das recht ist evelin das links ist weiß ich nicht mehr arzneimittel ok da ist einer auf dem tisch denn ich lebe bei dir na komm den kriegen wir so klein ganz viele dokumente 11 juni 2017 ich habe die schnauze voll von diesem lucas die haben ihn zum leitenden forscher gemacht was denken die denen wer ich bin warum muss ich mit einem master abschluss im mikrobiologie von stanford unter diesem idioten arbeiten der spielt hier immer nur mit dem test objekten subjekten rum lässt sie sich gegenseitig bekämpfen und führt sinnlose autopsien durch er ist krank er weiß nichts über das potenzial des e-serie muterzütes beim nächsten meeting mit dem hq werde ich sein verhalten melden dann kann ich nicht öffnen aber wir haben noch mal pistolen munition ich frage mich warum ich jetzt gerade so viel munition habe also wirklich viel munition ich denke mir mal gerade mein teil und ich werde es nicht aussprechen wenn ich das befürwortet hat er beachtet mich gerade ja nicht weil keine stromversorgung da ist und strom ist da ich muss jetzt raus nachher hallo lukas lukas ich komme zu dir oh ok ich habe alle connection forscher umgelegt die haben ihre nase in dinge gesteckt die sie nichts angehen als sie dachten ich schaue nicht hin aber ich wusste genau was sie treiben mochten es wohl nicht dass sie unter mir standen also habe ich sie in einem käfig mit ein paar molde geschoben die haben sich in die hose gemacht um ihr leben gebettet ich hoffe nur dass ich mir das lachen verkneifen kann wenn ich berichten muss dass denen ein unglücklich unglücklicher unfall zugestoßen ist wahrscheinlich eine gute gelegenheit mich von denen connection zu trennen ich bin der einzige der evelyn schimmelpilz gut nutzen kann ja gesendet donnerstag 20 juli 10 22 also 2017 die dinge sind etwas aus dem ruder gelaufen aber ich habe mich darum gekümmert sende jetzt die e-daten sollte nicht lange dauern wenn das fertig ist bin ich hier bin ich hier auch speicherpunkt das ist natürlich schon mal nett die trägt wir haben noch am anfang ein schloss das nehme ich noch mit ist sogar hier wunderbar ne warte warte zurück hier war das genau hier haben wir es oh munition leer wieder mal ein glück ok ok hier können wir hoch zwei kugeln dieser waffe haben oder nicht haben da kann man nicht meckern speichern tun wir trotzdem dann können wir gleich mal den schlüssel ablegen weil ich glaube den brauchen wir auch nicht mehr 6 und 2 6 und 2 auch leer ok okay we got your email we know you're fun like info to someone i love your goddamn business chris a lot people out there want to know about our little lazy Ihr Freunde wissen die Verbindung, die mich nicht als der vergibende Typ schreiten. Das ist mein Geschäft. Du lässt mich über das beschäftigen. Du hast deine Hände voll. Die kann ich nicht mehr benötigen. Okay, machen wir es mal so. Ich kann die anscheinend nicht da haben. Messer brauche ich definitiv nicht. Ich nehme mal die Brandgranate da rein. Die relativ nah in Reichweite... Ne, falsch, 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 falsch. Die brauche ich dann in Reichweite. Und dann... Weiß ich nicht. Schreckt nix. Ich hab wirklich viel Wunsch. Oh Gott! Schreckt der Typ mich. Ja, richtig. Da wird sie auch so mutagen in sich. Ich glaube nicht. 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 Es ist vorbei. Nein. Nein. Hör auf und akzeptiere es, Lukas. Du liebst das, nicht wahr? Oh Gott. Oh Gott. Das ist so, was du fühlst. Wir haben hier eine Situation. Hier. Die Infektion ist auf kritischer Masse. Sag mir was, was der Typ ist jetzt. Oh, ich habe was für dich. Du bist verdammt. Nein. Eigentlich wollte ich ja nie Argo. Oh, das ist anders. Ich glaube nicht, seit wir hier sind. Okay. Ich hoffe mal, ich werde es überleben. Ach du Gottes Willen. Auf den Kopf. Ich meine, ich brauche die wahrscheinlich eh nicht mehr, weil er der letzte ist. Ich will das nicht mehr oder die Leute, dass ihr Angst habt. Ich habe mir das Ding. Ich sage dir aber auch nicht mehr Zeit, warum es passiert. Ich meine Hände ist nicht mehr Zeit. Ich meine Hände oder die Hände ist nicht mehr Zeit. Ich weiß nicht mehr Zeit. Ich habe mich nicht mehr Zeit. Ich habe mich mit deinem Kopf genommen. Ich hätte mich nicht mehr Zeit, um deinem Kopf zu trennen. Alles klar, okay, war klar. Nachladen, komm schon. Nachladen, komm schon. Okay, es war klar, dass er mich erfischt. Ah, komm schon. Nichts, dass ich mit ihm spreche. Ah, hallo. Latna, komm schon. Ja, ich habe nur 7%, na, klasse. Ja, natürlich bleibt es bei diesem, okay, doch nicht. Okay. Okay. Ah, alles klar, Sauerstoffversorgungs, ähm, die habe ich hier überhaupt nicht beachtet. Ach, es geht gleich los. Auch gut. Und am Waffen, war ich mir das mal auf. Also, die großen Waffen. Gegen Ende dann. Also, ich weiß nun mal, ich kann mich, äh, mit Nebenversorgung. Das sind wahrscheinlich diese Kanister da. Okay, ich bin grad ein bisschen falsch am Punkt. Oh, so. Und hoch. Wenden und raus. Tut mir leid Leute, wenn ich gerade wieder ein bisschen leise bin. Ah, jetzt geht er hier hoch drauf. Ok, jetzt vergibt wieder die Umwelt. So, den Schuss bearbeite ich mir nochmal auf. Ok, da kann ich. Okay, umdrehen. Ok. Ok. Aufschmeißen die Brandgranate auf den Boden. Nachladen und richtig drauf häuschen wieder. Oh, ich hab's. Hab ich's? Ich hab's. Du Bastard. Ich hab auch viele Musiks. Booyah! Oh. Game over. Oh, ich hab's. Oh, ich hab's. Chris, die Brandgranate ist voll. Wie kann ich das nicht? Du musst einen Weg finden, um den Server zu drücken. Es gibt vielleicht ein paar Transformer Relais, die du kannst... Ok, das funktioniert. Es wird ein paar komputer-technische Technologien hier sein, aber... Aus dem Wasser. Was ist das SITREP? Die Facilität ist klar. Auch die neue Bremse wurden neutralisiert. Dann bin ich weg. Ja, super! Ja, super! Perimeter wall ist auf und operativ. Gut. Ich glaube, wir haben hier alles gut gemacht. Nicht für sie, leider nicht. Aber die Bremse ist enthalten. Hoffentlich sind sie Evie's letzte Vigte. Ich glaube, das war's. Ich glaube, das war's. Resident Evil. Ok, wir haben... Oh, gut, ne Stunde ist 30 haben wir gebraucht. Mission abgeschlossen. Heilerobjekt hier verwendet. Er acht Stück. Stabilisierer verwendet. Steroide verwendet. Oh, wir haben hier Schwierigkeit Profi und... Torst Hammer, Vision B Keine Ahnung was das ist, klingt aber sehr nett Ja, ich würde mal sagen, wir haben Not a Hero abgeschlossen Wir sehen uns natürlich dann im nächsten Part wieder wenn wir uns dann bei Ja Save Sorry oder Sorry Was war das nochmal? Lass mich mal gucken Zoe ist Ende End Zoe Lass mich gucken Zoe ist Ende, ja In Zoe ist Ende sehen wir uns im nächsten Part dann wieder Bis dahin, macht es gut Leute Euer Epic